Ah Er kommt bei jeder scheiß gleiche geister Jo. Wie sind die alle klein, so Hobbit-mäßig? Bist du aber hässlich. Kommst du mal her? Komm. Haha, voll durch die Wand gespäckert. Ist da irgendetwas? Ne. Ach komm schon, ich wollte doch nur so'n scheiß Krypt da finden. Ey, komm mal klar. Ja. So. 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 Ich wusste gar nicht, dass ich die mit Axel verzaubern kann. Ach man, ey, das fehlt doch zu gar nichts. Und jetzt muss ich auch noch meditieren, bis das Scheiß-Werner-Zeichen weg ist. Armselig, ey. Ach so! Ach, ich seh... Oh man, ey, ich hab mich jetzt durch das ganze Ding geschlagen, damit kann ich jetzt einfach... Das A-Zeichen ist aber noch nicht vorbei. Ich muss jetzt warten, bis ich wieder Energie hab, schön armselig, ey. Jetzt warte ich, bis alle drei da sind. Wer bist du? Und was willst du hier? Geralt von Riva, vom Grauen Fehnlein. Und wer bist du? Eckhart Hennessey. Fehnrich des Grauen Fehnleins. Der besten Einheit, die Catwin jemals hatte. Dort hab ich gedient. Cap. Du erinnerst dich nicht an mich, aber ich mich an dich. Kenne ich dich? Ich habe beim Grauen Fehnlein gedient. Gelogen! Unter der Standarte des Grauen Fehnleins habe ich bei Brenner und Wergen gefochten. Schlacht vor Brenner. Alle Nordlinge gemeinsam gegen die Schwarzen. Hä? Ey, ist das rassistisch? Die Redania der reichen Flügel, kommandiert von der Reuter. Temerian im linken Flügel unter Nathalys Befehl. Das war ein Anblick, nicht wahr? Du verwechselst was. Oh ja. Ich entsinne mich nicht. Du irrst. Die Redania haben in der linken Flanke gekämpft. Die Temeria in der Mitte. Stimmt. Vielleicht sagst du ja die Wahrheit. Überzeug dich. Sag mal. Du musst es ja wissen. Wer hat bei Brenner die Nilfgarter befehligt? Oh oh. Oh oh. Menno Koehorn. Jetzt glaube ich dir allmählich. Geil. Menno Koehorn. Ein Prachtexemplar von einem Nilfgardischen Hundeshohn. Aber ein großer Anführer. Der wird die Nordlinge noch oft bluten lassen. Nicht wahr? So, der ist versucht. Koehorn ist tot. Der Tod hat deinem Gedächtnis geschadet. Koehorn ist tot. Er fiel bei Brenner. Aufmerksam. Lässt dich nicht aufs Glatteis führen. Bin ja auch vom grauen Fehnlein. Haha. Kann sein, dass du bei Brenner warst. Ist schon eine Weile her. Ich könnte dich vergessen haben. Aber Wergen, das ist was anderes. Für dein Gedächtnis kann ich nichts. Wahrhaftig. Mein Gedächtnis ist nicht mehr das Beste seit ich tot bin. Ich sage es ungern, aber ich habe sogar vergessen, wer die Armeen vor Wergen kommandiert hat. Dabei war es doch der wichtigste Tag meines Lebens. Mein letzter. Sei doch so gut und hilf meiner Erinnerung auf die Sprünge. Detmold und Demavent, Hänselt und Demavent, Wandergrift und Zeltkirk. Und das sind doch zwei verschiedene Personen. Hänselt und Demavent. Das waren Detmold und Demavent. Das waren Detmold und Demavent. Lügner! Niemals warst du beim grauen Fehnlein! Und jetzt stirb! Schade. Ich bin zu alt für sowas. Erdner, woher konnte ich das letzte wissen? Das ging aber leicht. Ich hätte es fast geschafft. Ich hätte ihn fast überzeugt. Artefakte der Schlacht. Jetzt habe ich sie. Vielleicht finde ich ja nur was in den gleichen Tüchern. Oh, außer Geistern meine ich. Ich bin zu vom Bühnen. Ich bin zuu. In mir nicht auf süßen.